Moin, hier ist er, der Himmel. Ja, hier auch. Moin. Im heutigen Video geht es nochmal um Track of the Day. Und zwar habe ich hier was ganz Besonderes für euch. 100% Rabatt. 100% Rabatt, willst du mich veräppeln? 100% Rabatt. Das heißt ja, umsonst. Den Gutscheincode findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Hammer. Ist der Hammer, genau. Und ja, ich will euch heute mal so ein bisschen was. Ich bin jetzt endlich an dem Sardinien-Video dran. Und was ich da für Möglichkeiten habe, ganz besonders als Motovlogger. Ja, da kann ich mir die gefahrenen GPX-Dateien ins Programm importieren und kann dann ein animiertes MP4-Video aus dem Dreck erstellen lassen. Das ist nur eine kleine Funktion von dem sehr umfangreichen Programm. Ruckzuck habe ich jetzt hier eine Route erstellt, die ich dann hier teilen könnte. Per GPX oder wie auch immer, als welches Format, sogar als JPEG oder Bitmap exportieren. Ruckzuck, das können wir wieder schließen hier. Oder ich kann hier jetzt in meine Garage gehen. Ich habe also jetzt hier meine, wo ist sie hin? Hier habe ich meine Garage. Hier sind vorgespeicherte Fahrzeuge drin. Ich habe aber hier zum Beispiel auch schon mein Wohnmobil mit den Daten eingegeben. Das heißt, die Route wird dann entsprechend berechnet, wo ich auch herfahren darf, mit Fahrzeughöhe und Gewicht. Ich kann auch wandern bis dahin. Wir haben jetzt zwar ein bisschen weit, aber hier war natürlich meine R. Die lassen wir jetzt auch mal drin. Genau, so, und ich kann weiter hier unten, könnte ich zum Beispiel auch diese erzeugte Route per Cloud speichern und dort mit anderen Teilen. Und jetzt kommt natürlich wieder das Interessante. Die Route wird für sämtliche Geräte, ja, also da habe ich dann nachher eine GPX-Datei, die auch für das jeweilige Gerät passt. Also das ist der Hammer. Was kann ich noch mal? Ich kann natürlich hier mal ein bisschen reinzoomen, da wo wir hinwollen. Hier, gucken wir mal. Und ganz einfach jetzt, da ist jetzt das Ziel quasi, aber ich will gucken, wie sieht es denn da aus? So, und da kann ich mir mit Linksklick drauf und hier einfach mal Google Street View dazu öffnen. Und ja, kann ich mal gucken, wie sieht es denn da überhaupt aus? Absoluter Hammer. Aber das sind, wie gesagt, jetzt nur Dinge. Darum soll es aber heute gar nicht gehen. Es geht ja um den Rabatt. 100 Prozent geht noch bis 31.07. Und ja, ich habe 100 Lizenzen frei zur Verfügung. Die kriegt ihr geschenkt. Rabattcode unten. Der Link, wo ihr das Programm runterladen könnt. Natürlich auch alles unten in der Videobeschreibung. So, was wir aber jetzt machen wollen, wo ich ja dran wollte. Das heißt, ich lösche das jetzt mal und sage hier ganz einfach hinzufügen. Ich habe da gerade eben schnell, also sämtliche GPX-Dateien in der Connected App, BMW Connected App gespeichert. Und die habe ich mir geschickt. Und da kann ich jetzt hier über den Button hinzufügen. ganz einfach, wo haben wir die? 14.07. Das müsste die ja sein, genau. Und zwar nur mal als Beispiel, damit ich euch das zeigen kann. Das war unsere Anfahrt von der Fähre, vom Fährhafen Olvia bis zu unserer Unterkunft hier unten. Und jetzt soll es ja darum gehen, für mich als Creator, da will ich euch dann ein Overlay drauflegen, wo wir da hergefahren sind. Und dann nehmen wir einfach nur mal unten das letzte Stück, damit es nicht zu lang wird. Und das bereite ich jetzt vor. Ich könnte jetzt natürlich ganz einfach eine Animation hier, ein MP4 erstellen mit der jeweils ausgewählten Karte. Ich könnte jetzt hier auch eine Straßenkarte wählen. Ja, so, dann sähe das so aus. Oder halt eine Hybridkarte, dann sähe das so aus. Und jetzt hier könnte ich mir eine Track-Animation schon mal anschauen. Ja, sieht dann so aus, schön mit BMW-Logo. Und demnächst, das weiß ich jetzt schon, bei der 603er-Version kann man auch eigene Icons auswählen. Dann hätte ich hier natürlich gerne anstatt BMW-Logo mein Himi-Logo. So, jetzt wechseln wir gerade nochmal hier zurück, damit ich den Track habe. Und ich könnte jetzt hier ganz einfach sagen, MP4-Video erstellen. Da gibt es dann hier nochmal ein paar Einstellmöglichkeiten. Ich kann das, die vorhandenen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, könnte ich hier auswählen. Kein Standbild, Farbe der Linie ist weiß. Und da gibt es natürlich noch ein paar Sachen, die ich vorbereiten muss, für die entsprechende, ja, damit ich das transparent darstellen kann. Und die Karte ist jetzt hier auch schon gewählt. Und zwar habe ich hier eine generische Karte. Aber ich zeige euch erst mal, was dafür erforderlich ist. Und zwar einmal muss man hier auf die Route gehen und auf Farbe ändern, auf Bearbeiten. Und dann ganz unten, da war vorher grün. Und man kann durch, ja, verschieben, der Regler hier eine Farbe einstellen. Aber ich möchte die Linie gerne in weiß haben. Dann ist das hier 3x255, ist dann weiß. Genau, und das ist, habe ich ja jetzt schon gespeichert. Also, da hätte ich nur auswählen können. Ne, ist ja, ist ja ausgewählt, ne? Mal gerade gucken. Farbe ändern. Farbe bearbeiten. Zack, auswählen, speichern. So. Und ich muss dann hier meine generische Karte. Genau, diese. Und dann gehe ich mal kurz auf Einstellung, um euch das zu zeigen. Und da muss ich sagen, Hintergrundfarbe grün. Und die Deckkraft hier auf 0%. Deckkraft 0%. Damit ist dann gemeint, die Karte wird auf 0% gesetzt. Und ich habe dann nur eine grüne Fläche nachher. Und wenn ich die jetzt auswähle, dann habe ich grün und ich sehe nur noch meinen Track oder meine Route. Und wenn ich jetzt auf MP4 erstellen gehe. Cockpit-Anzeige sehr groß. Lassen wir mal so. Generische Karte individuell festlegen. Da könnte ich jetzt den Kartenausschnitt nochmal festlegen. Ich lasse den aber so voll in der vollen Größe und sage jetzt hier Video erstellen. Und das geht dann jetzt hier entsprechend voran. Und dann sieht man nachher genau, welche Strecke ich da gefahren bin. Und das kann ich überblenden. Und wie das geht in Adobe Premiere, zeige ich euch dann auch noch. Nach dem Export kommt dann quasi ein Vorschaufenster. Und dann kann ich sagen, ich möchte das gerne exportieren. Und habe hier direkt meinen Ordner angegeben. Und da ist das Video. Und das ziehen wir jetzt erst mal in meinen Footage-Ordner rein. Und da will ich mal gucken, wie das aussieht. Ja, sieht doch gut aus. Okay. So, und dieses ziehe ich mir dann, wo sind wir jetzt hier in der Zeitleiste? Klarlage. Genau, da ziehen wir das drauf. Und jetzt muss man hier natürlich, jetzt habe ich ja grün und mein eigenes Video ist überdeckt. Und deswegen geben wir hier bei Effekten Key. Und ziehen den Ultra Key auf den Clip drauf. Und dann gehe ich in die Einstellung. Also das ist alles ruckzuck gemacht. Key-Farbe. Da hole ich mir die Pimpette. Zack. Einmal auf grün. Nochmal. Ja gut, deutlicher grün als grün geht nicht. So, da habe ich jetzt hier mein Video sichtbar. Und das grüne wird ausgekieht. So ist das bei Premiere. Und das sieht dann entsprechend so aus. Abonone. Wir sind da. Das sind jetzt hier die letzten Meter bis zu unserem Hotel. Und da könnte ich jetzt natürlich auch ein bisschen Quark ein bisschen langsamer laufen lassen. Das heißt hier Geschwindigkeit, Dauer machen wir mal auf 30%. Okay. Okay. Ja. Dann flitzt das da nicht so drüber. Wir sind da. Fast. Sollen wir noch tanken? Interessant ist auch, man sieht hier die gefahrene Geschwindigkeit in der Datei. Das wird ja mit aufgezeichnet. Das ist krass. Maridiot. Boah, guck mal. Guck mal da. Blaues Meer. Blauer Himmel. Cada colone. Wir sind da. Fast. Jetzt werden wir noch tanken. Für morgen schon mal gerüstet. Kann es früh losgehen. Das war es dann für heute. Maridiot. Die Funktion, eine von einer Million, sage ich jetzt mal, natürlich überspitzt. Aber das ist eine super Sache für mich. Und da immer mal so den Routenverlauf, inklusive Geschwindigkeit, kann ich da alles anzeigen lassen. Das ist total cool. Es wird auf jeden Fall noch ein ausführliches Tutorial geben zu dem Programm auch. Aber jetzt kommt erst mal Sardinienurlaub dran. Und wichtig war mir jetzt, euch nochmal hier mit dem Rabattcode 100% zu zeigen. Und ihr könnt das Programm runterladen und für ein Jahr kostenfrei nutzen. Normalpreis ist 49,90 netto plus Märchensteuer. Und ja, also das ist für den Umfang von diesem Programm absoluter Hammer. Und ja, dagegen, ich sage das jetzt mal provokant, könnt ihr alles andere, was ihr kennt, ob Basecamp, Kurviga, was auch immer. Ja, ich kann da zwar Schnittstellen schaffen zu Kurviga zum Beispiel. Und auch diese Cloud nutzen für meine GPX-Dateien. Ist alles integriert in dem Programm. Wahnsinnig umfangreich. Ich werde es euch zeigen. Es wird auch noch einen Stream geben mit Ansgar und ein paar anderen interessanten Menschen. Und ja, da werden wir uns ein bisschen über das Programm unterhalten und da wahrscheinlich auch das eine oder andere noch erklären. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Und über jeden neuen Abonnenten freue ich mich tierisch. Ganz wichtig, das Abo kostet nichts. Ihr geht keine Verpflichtungen ein. Wenn ich euch irgendwann zu viel bin, dann könnt ihr das Abo auch wieder beenden. Ohne Risiko, ohne doppelten Boden. Also bitte ein Abo und dann auch die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr künftig auch über neue Videos benachrichtigt. Bis zum nächsten Video. Tschüss, bye-bye. Euer Himmi. Tschüss, bye-bye.